Musik Die Kriegsschreie sind verhallt und wir beginnen mit der B-Jugend Grünwald-Schwerin gegen TSG Wismar. Klingt nach einem großen Spiel und deswegen habe ich mir auch gleich einen Co-Kommentator geholt. Steffen, schön, dass du mit dabei bist. Schönen guten Tag. Ja, könnte man denken, Grünwald-Schwerin etwas unterlegen gegen die stark favorisierten Wismaraner. Hier aber nicht so. B-Jugend führt Grünwald-Schwerin die Tabelle an nach dem Sieg gegen Fortuna Neubrandenburg am letzten Wochenende und spielen hier gegen den Tabellenletzten TSG Wismar. Zwölf zu zwei Punkte auf Schweriner Seite, 2 zu 12 für Wismar. Ja, das ist so, dass TSG Wismar in den letzten Jahren im Jugendbereich nicht so konstant gearbeitet hat, wie es die erste Damenmannschaft vielleicht vermuten lässt, auch die zweite Damenmannschaft. Der letzte gute Jahrgang war 89-90, wo dann eben halt einige Spielerinnen herausgekommen sind, die auch mittlerweile in der Bundesliga spielen. Sie sind wieder auf einem guten Weg. Ich finde es auch gut, dass sie nicht so wie letztes Jahr gesagt haben, dass sie in der Kreisliga spielen wollen oder der Spielunion, sondern jetzt eben halt auch hier den Gang in die Oberliga gegangen sind, um einfach auch die Liga ein bisschen attraktiver mitzugestalten mit mehr Mannschaften. Ja, sonderlich viele sind es nicht und jetzt wollen wir mal gucken, ob Grün-Weiß den Schwung aus dem Sieg gegen Nord-Brandenburg mitnehmen kann, weil man hat durch das Ziel geäußert, man möchte die Oberliga gewinnen und dann überregional den Vergleich suchen. Ja, das ist, denke ich mal, auch mit dem Landesmeistertitel vom letzten Jahr ist die Messlatte für die Mannschaft relativ hochgelegt. Letztes Jahr war noch ein dritter Konkurrent mit Rostock mit dabei. Ich denke mal, dieses Jahr werden zwei Mannschaften unter sich ausmachen mit Neubrandenburg und Schwerin. Man muss immer sehen, wie stark beansprucht der Tränen aus Neubrandenburg die Mädels auch in der A-Jugend oder in der C-Jugend oder eben in anderen weiteren Bereichen. Das wird auch ausschlaggebend dafür sein. Ja, momentan ist der Schwerin natürlich im Vorteil durch den Sieg gegen Neubrandenburg mit 12 zu 2 Punkten vorne, während Neubrandenburg schon vier Punkte gelassen hat. Mal gucken, dass man eben auf Schweriner Seite nicht noch mehr Punkte lässt, um Neubrandenburg wieder herankommen zu lassen. Nun hat man bei Grün-Weiß aber auch das Pech gehabt, wenn ich jetzt mal sagen darf, in der B-Jugend zum Anfang viele Auswärtsspiele zu haben, nur Auswärtsspiele zu haben. Und da hat man eben auch die ersten zwei Punkte gelassen. Und jetzt scheitert Jennifer Kriegsmann von der Außenseite. Also ich sehe das sicher als zwingenden Nachteil an. Wenn es nachher in die entscheidende Phase geht, hast du die Halbenspiele, hast du dann auch die Unterstützung der Zuschauer hier, was ja eigentlich, wofür auch die Mannschaften hier bekannt sind, wenn es entscheidend wird, dass das viele Leute hier in den Hallen sind. Und deswegen ist es kein zwingender Nachteil. Klar, die Mannschaft muss sich erstmal finden. Es sind viele neue Spieler mit dabei, ein großer Kader, den Fred da zur Verfügung hat. Und ja gut, klar, die ersten zwei Minuspunkte kamen zum frühen Zeitpunkt. Aber man hat ja eben auch gesehen, dass man die Mannschaft schlagen kann. Und wie gesagt, sind auf einem guten Weg. Ja, nun ist es die Handballkonkurrenz bei den Mädchen nicht so groß im Mecklenburg-Vorpommern. Muss man da, wenn man wirklich was erreichen will als Verein, dann auch den überregionalen Vergleich suchen? Ja, auf jeden Fall. Weil da gibt es die Mannschaften überregional mit den Füchsen, mit Pucksehude. Mit den Mannschaften kannst du dich da immer sehr gut messen. Ja, Monique Defke bekommt da die gelbe Karte und es gibt den ersten sieben Meter für Grün-Weiß-Sparin. Ja, Maike Schult verwandelt sich ja zum ersten Treffer 1 zu 0 für Grün-Weiß-Sparin. Auch hier sieht man, dass Fred zu Beginn des Spiels viel auf die Jugend sitzt. Wenn man die Mannschaft durchgeht, dann ist eine Spielerin, nur zwei Spielerinnen des älteren B-Jugendjahrgangs mit dabei mit Jennifer Kriegsmann und Sina Güdekeuth. Aber dem stehen eben auch zwei C-Jugendliche mit Maike Schult und Marie Nawort auf der Platte. Man sieht eben, dass Fred auch den jungen Spielern aus der C-Jugend schon Chancen gibt und sie langsam mit heranführt. Und das deutet eben auch, auf die gute Nachwuchsarbeit hierhin. Der Treffer jetzt für Wismar durch Laura Blum. Ja, da kann man natürlich auch darauf hinweisen. Im Spiel gegen Neubrandenburg haben wir das gesehen, wo er dann mit Wiebke Dittjen aus der C-Jugend als Zollhüterin auch schon gespielt hat. Ja, das macht er konsequent. Er setzt die Leute immer wieder ein. Schön ausgespielt. Jennifer Kriegsmann mit dem Treffer. Da eben halt das krasse Gegenspiel mit Jennifer Kriegsmann, die mittlerweile ja schon mehrere Spiele im Frauenbereich absolviert hat aus der Spielliga bei der ersten Mannschaft. Man sieht, dass hier eben halt übergreifend gearbeitet wird. Und man sieht das ja auch bei mir zum Beispiel in der zweiten Frauenmannschaft habe ich auch aus Fred seiner Mannschaft, Lisa Marimenzo, schon mit in den Kader eingesetzt oder auch in den Spielen. Und auch da hat sie eben halt gute Eindrücke hinterlassen. Ja, da scheint einiges nachzurücken in Schwerin. Der Unterbau hat viel Kraft und viel Arbeit gekostet in den letzten Jahren, aber er trägt jetzt die Früchte. Ja genau, das ist das eben halt. Man sieht, dass es jetzt anfängt Früchte zu tragen. Ab der B-Jugend abwärts sind die Kader weitreichend besetzt. Über 10, 14 Leute hinaus. Und da werden wir eben auch viel davon profitieren. Später dann auch wieder für den ersten Frauenbereich wo dann die Stärke, die wir früher auch hatten, eben halt aus den eigenen Kräften zu zerren, für den Damenbereich, da werden wir auch wieder hinkommen. Maike Schult in dessen mit der gelben Karte. Müssen wir noch nachreichen. So richtig ist die Überlegenheit von Grün-Weiß noch nicht zu sehen, aber jetzt natürlich der Konter Jennifer Kriegsmann. Sicher, zum 3 zu 1. Für sie ja auch ein besonderes Spiel. Sie hat die ersten Jahre ihres Handballlebens in Wismar verbracht. Sie kommt hier ursprünglich aus Wismar. Also für sie hier auch ein besonderes Spiel. Und ich denke auch, dass man nicht die Dominanz in den ersten 5 bis 10 Minuten deutlich sieht, sondern dass sich sowas ja mit dem Spiel auch entwickelt. Das Tor, was Wismar ja auch geworfen hat, war ja nur keine zwingende Torschance, die herausgearbeitet war. Das war ja auch mehr ein Zufallsprodukt. Wenn man hier auch sieht, jetzt die Unstimmigkeiten zwischen den Spielern, kommt auch daher zustande, weil man natürlich nicht so häufig miteinander trainiert, beziehungsweise fast gar nicht dann eben, wenn dann zwei Mannschaften aufeinandertreffen oder zusammenarbeiten. Das ist auch immer schwierig. Das zeigt dann eben halt von Anfangs Nervosität. Aber das wird sich legen. Und Sina Güdokeit ist doch schon gut im Spiel, hat gegen Neubrandenburg ein bisschen länger gebraucht. Und da gab es auch einige Stimmen. Mensch, warum versuchst du es nicht mit einer anderen Torhüterin? Und die Schweriner haben auch sie vertraut und sie war eine wichtige Stütze im Spiel gegen Neubrandenburg, die dann auch den Sieg festgehalten hat. Und auch da dürfen wir uns oder können wir uns auch nicht beklagen, was danach kommt mit Sina, mit Wiebke. Auch Anna Haben sind da Leute mit bei, die lassen hoffen, auch in der C2 bei Birger sind ja auch zwei gute Leute im Tor. Also da können wir uns nicht beklagen. Und wenn man sagt, man muss auch mal Vertrauen zu dem eigenen Torhüter haben. Jennifer Kriegsmann jetzt mit der gelben Karte. Und es gibt ja Leute, die messen eine Qualität einer Abwehr auch an gelben Karten und zwei Minuten. Wie siehst du das? Na ja, wenn ich ein Spiel verloren habe und auf die Zeitstrafen gucke und da sind nicht viele oder eine gelbe Karte nicht da, dann weiß ich, dass wir keine Abwehr gespielt haben. Kommt immer darauf an, in welchen Situationen fängt man sich die Zeitstrafen und man soll die Leute nicht dazu auffordern. Weil letzten Endes wollen wir den Ball gewinnen haben und nicht den Körper gewinnen. Aber sicherlich kann man eine gute Abwehr eben schon daran messen, wie viel Zeitstrafen es gab. Schön durchgespielt auf die Außenposition und die trifft dann auch Christine Vogt mit ihrem ersten Treffer 4 zu 1. Ja, da hat man das gut gesehen, konsequent auf die Lücken gestoßen und irgendwann ist eben halt der Punkt, dass jemand frei ist und spätestens der Außen ist es dann meistens. Vielleicht der Ball, gibt es den Freiwurf? Ja, aber wenn es dann eigentlich so einfach ist, warum funktioniert das ja auch in höheren Bereichen, zu großen Teilen nicht? Na ja, das liegt einmal mit einem Angriff, wenn er nicht konsequent auf die Lücke rauf stößt, dann ist es eben halt so, dass man der Abwehr das Leben leicht macht. Aber viele Abwehrreihen wissen ja auch, was man dann spielt und stellen sich auch dementsprechend darauf ein. Oder wenn sie eben halt gut die Abwehr verrückt, wenn man auf einem ähnlichen Niveau arbeitet, dann ist es halt relativ schwer. Vielen Dank. 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 Ich bin's gut durchgeretzt, Ines Maria. Ich binocke durchgedreht durch Ines Maria, denn dieses Lübwigs Schoßen haben ja alle müssen mitarbeiten. Und solche Rückraumspfälle kann sich alleine mit rein... wot man sich auf die Spielerinnen an…. ... oder die komme in einer Kleingruppe. Die nämlich hier詳iga ist sicherlich die beste Alternative. Ja, guter Abwehr gespielt jetzt von Jennifer Kriegsmann. Lange Pass nach vorne. Und jetzt gibt es den sieben Meter. Und gelbe Karte gegen Josephine König. Und Maike Schuld wieder vom sieben Meter. Und sieht man es auch, er sagt es ja, sie Junioren. Und geht an den sieben Meter Punkt. Was ja auch, sie übernimmt also Verantwortung schon hier in der B-Jugend-Mannschaft. Na, Maike kennt den Großteil der Mannschaft. Sie haben vor zwei Jahren in der C-Jugend schon zusammen gespielt. Letztes Jahr hat sie ja auch schon in der B-Jugend mit ausgeholfen. Prägt eigentlich das Gesicht der Mannschaft mit. Auch wenn sie sicherlich nicht in der Intensität mitspielt, wie es nächstes Jahr sein wird, wenn sie B-Jugend-Spieler ist. Aber aufgrund eben halt auch ihrer Größe, ihrer Statur, eben halt schon in ihrer Leistungsklasse auch sicherlich phasenweise unterfordert. Das war ein schönes Tor der TSG Wismar. Ebenfalls von Josephine König. Ja, Übernahmeübergabe hat da nicht gestimmt. Anne Rahn hätte da vielleicht ein Stück weit früher raustreten müssen. Und dann kommt so ein Wurf auch nicht zustande. Der von den Spielanlagen gut, aber schlechter Pass außen raus. Jetzt wieder außen gespielt. Und das Tor von Christian Vogt. Einfach! Rechi! Rechi! Halt! Wenn wir mich interessieren, gerade in Deutschland oder auf dem europäischen Kontinent ist Handball sehr rechtshändig geprägt. Wie viele Vorteile hat man beim Handballspiel als Linkshänder? Du hast auf jeden Fall einen Vorteil. Meist Linkshänder spielen eigentlich immer im Erwachsenenbereich ein, zwei liegen höher, als vielleicht das Niveau es zulassen würde. Klar, sie sind so rar gesehen. Das sieht man ja auch, wie wichtig auch Marie Künzsche im ersten Frauenbereich ist. Wie viele Vorteile wir einfach dadurch haben, weil wir damit Linkshänder arbeiten können.